und da kommt die jetzt klasse gemacht und jetzt ist hier alles wieder offen zwei tore waren sie hinten aber sie haben nie aufgegeben da schauen wir doch gerne noch mal drauf buschi das war ein richtig schöner treffer kann man wohl sagen wolf da macht er es per lupfer und der ball sitzt